Ich lerne Deutsch. Bald. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Wort bald wird verwendet, um eine kurze Zeitspanne bis zu einem zukünftigen Ereignis oder Zustand zu beschreiben. Ich werde dich bald besuchen. Betont, dass der Besuch in naher Zukunft stattfinden wird. Der Frühling kommt bald. Der Frühling kommt bald. Betont, dass der Frühling in naher Zukunft eintreten wird. Er wird bald mit seiner Arbeit fertig sein. Er wird bald mit seiner Arbeit fertig sein. Betont, dass die Fertigstellung der Arbeit in naher Zukunft erwartet wird. Mein neues Buch erscheint bald. Mein neues Buch erscheint bald. Betont, dass die Veröffentlichung des Buches in naher Zukunft geplant ist. Wir müssen bald losgehen, um den Zug nicht zu verpassen. Wir müssen bald losgehen, um den Zug nicht zu verpassen. Betont, dass der Zeitpunkt des Aufbruchs in naher Zukunft liegt, um den Zug rechtzeitig zu erreichen. Bald beginnt die Schule wieder. Bald beginnt die Schule wieder. Betont, dass der Schulbeginn in naher Zukunft ist. Sie wird bald 30 Jahre alt. Betont, dass ihr 30. Geburtstag in naher Zukunft bevorsteht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.